Hey meine Freunde, kurz bei dem frühen Boss! Willkommen zu meinem Video, meine Freunde! Flair provoziert Bushido, Mann! Mit seinem neuen, mit seiner neuen Box, Mann! TTN3 wird kommen, BSH, Mann, meine Freunde! Flesi, da musst du aber richtig rasieren, Mann! Aber gegen den Strech, du richtig, Mann! Und Bushido richtig, er fängt ja jetzt schon an, irgendwie Angst zu haben. So, Shido, hast du Angst, oder was? Hast dir wohl doch nicht die TTN3-Lizenz gesichert, hä? Weil der gute alte Flissmeister macht da so eine Liederjacke bei CCN, hä? Was sagst du dazu, hä? Hast dir wohl doch nicht alle Rechte, hä? Hast dir wahrscheinlich wieder die Rechte, den du nicht bezahlst, Shido! Überleg, was du tust, Mann! Du klaust dir die ganze Karriere an den Leuten, ja, Hack! Sowas ist ehrenlos! Man gönnt jeden seinen Hack, Mann! Keine Produzenten bezahlt, irgendwelche Badmoodies geklaut? Das ist ehrenlos, Mann! Okay, meine Freunde, das war's für ein Video von Nudeln! Pass! Obwohl, du gleich nicht vergisst, meine Freunde, bis zum nächsten Mal! Also, das war's für ein Video von Nudeln! Also, das war's für ein Video von Nudeln! Also, das war's für ein Video von Nudeln!